Bei hartnäckigen Verschmutzungen im WC muss man mit manch anderen WC-Reinigern trotzdem noch schrubben. Doch jetzt gibt es das neue Harpik Max. Entdecken Sie die unglaubliche Wirkung dieses Power-Gels. Unübertroffen müsste selbst hartnäckigste Verschmutzungen auf. Für eine glänzende, hygienische Toilette. Probieren Sie es selbst. Harpik Max, der schwarze Kraftprotz fürs WC.